Die Bauern, die haben ja noch nie, also seit es sie gibt, also seit dem Bauernaufstand 1524, haben die ja noch nie gegen irgendwas, also ne, mit Treckern ganz Berlin lahmgelegt. Zuvor schon die Zufahrtswege, der individuelle Freiheitsverkehr kam zum Erliegen. In Berlin wurden 35 Klimakleber in Polizei gewahrsam genommen, weil sie mit ihrer Blockade, eine Blockadeaktion der Protestbewegung Landwirte gegen die Ampel verhindert hätten. Dank des beherzten Eingreifens der Polizei konnte die Blockade der Landwirte ungehindert stattfinden.